So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ihr kennt ja alle den Thomas Rote, ne, ist ja in der Telegram-Gruppe sehr aktiv, der kümmert sich auch immer in der Raid-Gruppe darum, dass da Verordnung ist, der beantwortet eure Fragen so in der Telegram-Fan-Gruppe, der ist als Mod in den Streams immer dabei, der hostet auch immer mit, wenn wir jetzt Raids für Zuschauer machen, er redet gerne im Stream immer mit, also Thomas hat viele Fans und Anhänger und ich möchte dieses Video mal nutzen, nochmal Werbung für seinen YouTube-Kanal auch zu machen, Thomas Rote, so heißt der, steht auch hier, 57 Abonnenten und das Schöne ist, er packt da immer Raids drauf, Duo-Raids am liebsten, er nimmt sich immer eine Person, wo er einschätzen kann, dass die das zusammen schaffen würden und macht immer Duo-Raids, versucht immer möglichst mit wenigen Spielern, wenn Raid-Bose kommen, die zu plätten. Hat schon eine kleine Fangemeinde, viele Fragen sogar auch schon, ist mir aufgefallen, die sagen, Thomas, wann machst du mal wieder einen Duo? Und der aktuellste Raid, das aktuelle Duo, was er hochgeladen hatte, war das Xerneas-Duo. Und das war ganz besonders, denn da hat er mich gefragt, ob ich Bock hätte, vielleicht mal Xerneas als Duo zu probieren. Joa, ich hatte natürlich keine Ahnung, hab gesagt, boah, Thomas, das wird doch nichts und er, doch, doch, alles kein Problem. Er hat mich gefragt, hast du ein paar Metacross am Start, haben die Metacross CD-Attacke, also Sternenhieb, hast du vielleicht Mega-Gänger mit Matschbombe, Gift-Attacke, ist eigentlich bester Condor mit, ne? Leider kann man ja nur ein Mega-Gänger haben, sonst könntet ihr euch sechs Mega-Gänger einfach ins Team reinpacken, aber ihr könnt ja nur eine Mega-Entwicklung gleichzeitig haben. Er hat noch ein paar Kryptometer-Cross gehabt, aber wichtig halt, dass die Sternenhieb haben. Wir haben auch mit dem Lobby-Trick gearbeitet, wie ihr hier gleich sehen werdet. Und ich möchte gar nicht zu viel vorneweg sagen, ihr seht, wir sind zwei Level-50er-Spieler und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe meine Bildschirmaufnahme gemacht, habe ich ihm geschickt, er hatte hier rechts eingeblendet. Rechts, das ist also mein Account, den ihr gleich seht. Links, das ist sein Account. Wir wollen jetzt hier mal reingucken und wollen euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, diesen Duo-Raid mal zeigen und dann natürlich sagen, wenn ihr weitere Duo-Rades sehen wollt, dann abonniert mal Thomas seinen Kanal. Behaltet den mal im Auge, denn ihr habt euch hier gesehen. Boreos Tiergeistform, Duo, ist das zu schaffen. Voldolos Tiergeistform, Wetterboost, Voldolos, Duo. Dann haben wir hier Voldolos, Duo, Wetterboost, Demeteros, Duo, Zapdos, Duo, Duo, Chrysilia, nur mit Mega-Bibor. Also, das sind immer so kleine Spielereien, die aufkommen. Kann man machen, muss man nicht, muss man doch. Er macht eigentlich nicht die leichten Sachen. Heatran hätte man auch als Duo-Raid machen können, mit ein paar Zumpigs zum Beispiel, Bodenangreifern oder Rayquaza-Duo-Raid, aber er hat gesagt, pfff, das ist zu einfach, Geserneas ist eine Herausforderung, machen wir mal. Aber im Endeffekt fand er es natürlich viel zu leicht und das zeigen wir euch gleich mal. Wer das also nicht kennt, das ist der Lobby-Trick. Der Lobby-Trick heißt, ihr erstellt euch zwei Teams, ihr erstellt euch ein Team, ihr erstellt euch euer Team, was ihr nehmen wollt und ihr erstellt euch ein Team ohne Pokémon. Er hat es hier Null genannt, ich habe es Freigenannt. Das könnt ihr dann auswählen, wenn ihr kämpfen wollt, in der Lobby, aber es sind halt keine Pokémon da. Normalerweise, wenn ihr nämlich rein startet mit euren Pokémon in den Kampf, sind von den 300 Sekunden Kampfzeit vielleicht noch 294 oder so übrig, bis der Kampf erstmal wirklich losgeht. Durch den Lobby-Trick und diesen Fehler, der dann kommt, und das rüberswitchen auf euer richtiges Team und dann zurück in die Lobby, zurück zum Kampf drücken, bleibt der Counter-Arbeit irgendwie stehen und ihr könnt sozusagen bei den vollen 300 Sekunden anfangen. Das werdet ihr jetzt hier sehen. Beide sind auf dem leeren Team. Er hat hier auch Musik eingeblendet, die habe ich jetzt ziemlich leise gemacht hier. Normalerweise ist sie hier so richtig heftig, aber da höre ich mich selber nicht mehr. Deswegen ist sie jetzt hoffentlich leicht im Hintergrund und man hört mich. Im Endeffekt hört ihr die Musik wahrscheinlich gar nicht mehr. Ihr seht jetzt hier läuft die Zeit ab. 3, 2, 1, 0. Jetzt kommt diese Fehlermeldung. Dein aktuelles Team kann nicht am Kampf teilnehmen. Heile zuerst deine Pokémon. Und ihr seht, es bleibt bei 300 stehen. Und jetzt switcht man rüber. Thomas switcht rüber auf sein Team, ich auf meins. Ihr seht hier, beide haben Mega-Gänger vorne drin. Seins sogar mit 4.900. Das scheint schon Level 50 zu sein. Meins ist noch nicht so hoch. Da fehlen mir noch XL-Bombombs. Dann hier Metagross, 5 Stück. Hier auch Metagross, 5 Stück. 1 mit 4, 1, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7. Auch das Shiny als Lucky. Er hat zwei Krypto. Das sind die ersten beiden, die ihr hier seht. Deswegen auch die Werte. Seht ihr aber gleich im Kampf. Kann man hier als Krypto noch nicht erkennen. Und jetzt natürlich auch zurück zum Kampf. Und dann habt ihr theoretisch die volle Zeit zum Kämpfen. Beide starten mit Mega-Gänger. Was sehr effektiv ist mit Matschbombe. Ist auch nochmal verstärkt. Ihr seht, das haut gut rein. Wir mussten aufpassen natürlich, dass wir nicht beide gleichzeitig sterben. Also solange man noch Pokémon übrig hat, ist kein Problem. Aber wenn beide gleichzeitig, weil ihr seht das ja hier. Die Mega-Gänger sind ungefähr gleich. Die fallen zur gleichen Zeit um. Das wäre bei den Metagross auch passiert. Und wieder und wieder. Und wenn alle 6 von mir tot sind. Und alle 6 von ihm tot sind. Und beide zurück in der Lobby sind zum Heilen. In der Zeit kriegt der Raid-Boss wieder Energie dazu. Und wenn er Energie dazu kriegt, dann wird es natürlich noch schwieriger von der Zeit her. Deswegen hat Thomas ab und zu versucht auszuweichen. Beziehungsweise ist ausgewichen. Ihr seht das dann auch gleich mal. Man sieht auch schön hier, er hat das Krypto am Start. Ich habe mein normales. Ich sollte einfach nur genau draufknüppeln, draufknüppeln. Mir keine, mir keinen Kopf machen über irgendwas. Einfach nur draufhauen. So, dass ich dann irgendwann tot bin und er seins noch hat. Und wir halt nicht gleichzeitig sterben. So, dass wenn ich zurück in die Lobby, dann muss irgendwann, wenn alle von mir tot sind. Jetzt ist er zum Beispiel ausgewichen. Aber. Na, greif an. Ich weiß nie, wann das Ding angreift. Deswegen wüsste ich auch nie, wann ich jetzt, das mit dem Ausweichen, jetzt hat es funktionieren. Meins ist schon tot. Aber seins lebt halt noch. Weil er ist ausgewichen. Das ist wichtig. Denn jetzt hätte ich zum Beispiel Zeit, wenn ich jetzt zurück in die Lobby wäre. Und würde fix zwei, drei Toppeleber auf meine Metacross packen. Und zurück zum Kampf. Und ich bin wieder drin, bevor er stirbt. Und er stirbt dann, kann er in Ruhe heilen, dann auch wieder reinkommen. Und es ist immer eine aktiv im Kampf. Sodass der Raid-Boss keine Energie zurückbekommt. Ich bin jetzt bei meinem dritten Pokémon. Er ist auch bei seinem dritten Pokémon. Das Krypto hält an sich nicht so viel aus wie das normale. Aber ihr seht, eigentlich ist er ein halbes Pokémon vor mir. Also er hat noch die Hälfte der Energie gut. Im Normalfall. Und wir hauen weiter drauf. Ihr seht, es ist schon bei Gelb. Wann ist es überhaupt gelb geworden? Ihr könnt euch das ja immer so merken. Wenn ihr 100 Sekunden vergangen habt, müsstet ihr ungefähr ein Drittel der Energie schon weg haben beim Boss. Bei 200, dann zwei Drittel. Bei 300 ist weg. Aber die meisten orientieren sich natürlich an der 150er Marke. Denn wenn es gelb wird, hat es die Hälfte der Energie weg. Und dann, wenn ihr seht, ihr seid bei Gelb und es ist noch über 150 Zeit von den Sekunden her, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Hier müsste das bei 188 Sekunden, und wir haben die Hälfte schon geschafft. Das heißt, wir haben gerade mal 112 Sekunden gebraucht, statt 150. Hier weicht er nochmal aus, schön zu sehen. Er ist ausgewichen. Ich bin schon wieder tot. Das heißt, ich bin jetzt mit meinem Vierten drin. Er ist immer noch mit seinem Dritten drin. 4 zu 3. Und jetzt ist er aber auch mit seinem Vierten drin. Ich glaube, das hätte uns wahrscheinlich gar nicht so viel gebracht. Wenn ich alle 6 belebt hätte, wahrscheinlich hätte ich es so lange gebraucht, dass eins auch tot ist. Jetzt hängt meins vor seinem rum. Und was ich am Anfang noch lustig fand, man hat gesehen, ich war schon mit Metagross drin. Bei ihm wurde aber immer noch das Mega-Gänger angezeigt. Wir haben währenddessen auch telefoniert. Wir haben telefoniert und er immer, hä, dein Mega-Gänger lebt wo noch? Meins ist schon lange tot. Und ich, ne, ne, meins ist auch tot. Deins auch, gell? Ja, also das war sehr verwirrend, wenn man da drauf achtet. Viele versuchen sich immer an der Lobby zu orientieren oder an dem Kampf und sagen, wieso greift denn keiner mehr an? Es ist gar keiner mehr da. Ich bin ganz alleine. Verlasst euch nie drauf, was ihr da seht. Da werden manchmal falsche Pokémon angezeigt. Da wird manchmal gar nichts angezeigt. Nur weil niemand mehr zu sehen ist, heißt das aber nicht, dass keiner mehr angreift. Das ist, hier links beim Thomas denkt man auch, oh, er ist ganz alleine. Ich sehe ihn, aber er sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Beziehungsweise stehe ich wahrscheinlich hier. Irgendwo. Jetzt sind wir knapp unter die 100 Sekunden und ihr seht, das sind deutlich mehr als zwei Drittel. Ich bin jetzt bei meinem allerletzten Pokémon. Das ist das Shiny Metagross. Ich habe auch zu ihm gesagt, oh mein Gott, mein letztes, ich muss gleich wechseln. Da war ich am überlegen, was machst du? Gehst du wirklich in die Lobby? Nimmst nochmal Toppeleber? Heilst die ersten drei? Gehst wieder rein? Oder heilst gar nicht und gehst dann einfach auf zurück zum Kampf? Und es nimmt ein paar random Pokémon mit rein, die in der Zeit einfach noch was austeilen. Er ist jetzt auch bei seinem letzten Pokémon. Oh, wir sind fertig. Das ist, das war so ein Hin und Her die ganze Zeit und plötzlich hat man gedacht, hä, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt viel zu einfach. Wieso ist das denn schon tot? Weil, wir müssen aber auf die Zeit achten, es hat nochmal richtig reingehauen. Ich habe gedacht, oh, noch ein Move, dann bin ich weg. Aber es ging sich noch aus bei 59 Sekunden. 60 sieht besser aus, aber bei ca. 59 Sekunden war es dann also down. Haben wir es niedergemacht, zu zweit. Gab es auch Belohnungen. Fünf goldene Bären. Er hat nur drei. Tja. Drei Sonderbonbons. Eine Lade... Ja, er kriegt halt neun Sonderbonbons. Alles klar. Da hätte ich lieber die Sonderbonbons genommen, anstatt die goldenen Bären, weil mittlerweile werfe ich die auch schon immer weg. 18 Bälle. Zu 16 Bälle. Das heißt, Thomas hat auch mehr Schaden gemacht. Sicherlich durch die Kryptos. Vielleicht war die Arena auch noch blau. Ich weiß es nicht. Er hat mich ja eingeladen. Ich stand ja selber nicht an der Arena. Ich habe meinen Sinn Ruhe dann noch gefangen. Das war auch in der Aufnahme noch drin. Das hat er jetzt aber hier nicht mit reingenommen. Das war dann rausgeschnitten. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wenn er öfter sowas vorhat, ich würde dann nicht jedes Mal ein Video dazu machen, aber wenn er öfter sowas vorhat, würde ich mich bereit erklären, mit ihm das auszuprobieren. Wenn ihr mehr also solcher Duo Raids sehen wollt, schreibt ihr auch hier, neuer Boss, neues Duo, erster Raid gleich als Duo, man gönnt sich sonst nichts. Wenn ihr mehr Bock habt auf solche Videos, guckt mal Thomas Rote. Ich werde den Kanal unten auch verlinken. Xeneras, Duo, Raid. Könnt ihr ja auch mal probieren. Ihr wisst ja ungefähr, was ihr für Pokémon habt. Mega Gengar sollte sich mittlerweile jeder mal entwickeln können. Und vom Seeday her, Metacross ist jetzt auch nicht so selten. Mit der Seeday-Attacke konnte man dann auch nochmal lernen, nochmal lernen. Und ich sehe ja, wir haben viele Level 50er hier in der Community dabei. Vielleicht probiert ihr es auch mal mit einem Freund von euch. Auch einfach mal Metacross nehmen, Metacross Armee, Xeneras Duo. Und wenn ihr das auch mal probiert habt, sagt Bescheid. Grüße gehen raus an alle Hardcore Raider, die sich immer irgendwelche Challenges da bereitstellen. Das war es von meiner Seite aus. Es ist nämlich jetzt 48. 50 muss ich schon wieder online gehen, muss schon wieder streamen. Sind nämlich gleich Mega Glura Grades für Zuschauer. Heute ist Donnerstag. Ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.